Baby Mathilda ist das ganz große Glück von Miriam Neureuther und ihrem Felix. Seit der Geburt ihrer Tochter 2017 dürfen wir uns immer wieder über tolle Einblicke in ihr Familienleben freuen. Miriam hat nun auf ihrem Instagram-Kanal diese tolle Aufnahme gepostet. Mit kleinen Mathilda im Arm sitzt sie auf einer blühenden Blumenwiese. Dabei strahlt Mama Miriam in die Kamera. Dem Foto fügt sie die Worte Summer hinzu. In dem rosa Hemdchen und den engelsblonden Haaren sieht die einjährige Mathilda einfach zum Knuddeln aus. Ob Papa Felix wohl das Foto gemacht hat? Seit seinem Rückzug aus dem Skisport verbringt der 35-Jährige bestimmt viel Zeit mit seiner Familie. Seine schöne Frau hat uns vor einigen Wochen verraten, ob sich das Traumpärchen wohl noch ein Geschwisterchen für Tochter Mathilda vorstellen könnte. Ja auf jeden Fall, also ich könnte mir sehr gut noch ein Geschwisterchen für die Mathilda vorstellen. Jetzt vielleicht nicht heute, aber irgendwann auf jeden Fall. Ich habe auch eine Schwester und ich habe es geliebt eine Schwester zu haben und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn sie mal noch ein Geschwister hinbekommt. Auf der neuesten Aufnahme begeistert aber erstmal Mathilda die Fans. Sie wächst einfach so schnell, oder? Mega süßes Foto, schreiben die User. Ob mit oder ohne Geschwisterchen, wir hoffen auf weitere solcher tollen Aufnahmen von klein Mathilda. Ob mit oder ohne Geschwisterchen, wir hoffen auf jeden Fall.